und herzlich willkommen zu einem neuen video heute befinden wir uns in den harry potter studios in london und ich werde euch heute mal ein kleines bisschen mitnehmen und zu zeigen was es hier so am anfang sieht man schon dass hier die ganzen zauberstäbe sind in groß das sieht schon geil aus hier ist endlich in den harry potter studios angekommen und es ist einfach schon beeindruckend hier was es ja alles so zu sehen wow mega wow Vor ein paar Jahren waren wir hier schon mal, ich glaube, es ist jetzt drei oder vier Jahre her. Und hier hat sich alles verändert. Hier waren vorher jede Menge Bilder. Die sind jetzt hier alle verschwunden und jetzt sieht es halt so hier aus. Meiner Meinung nach sogar schöner als vorher. Mitten in der großen Halle, von Harry Potter. Nachdem wir gerade einen Kinofilm hatten, ist es jetzt durch das Tor gegangen. Und jetzt geht die Reise erst richtig los. Und jetzt geht die Reise. Und jetzt geht die Reise. Und hier, falls euch jemand bekannt vorkommt, hängen die Regeln, die Umbridge damals in Harry Potter und the Order of the Phoenix aufgestellt hat. Ein Charakter, den ich gar nicht mag. Okay. Ist echt schon sehr interessant hier. Okay. 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 Und hier sieht man auch die originalen Kostüme von den Schauspielern. Und hier ist sogar Tür zum Gryffindor. Na, weiß noch jemand, wie das Passwort hieß? Das ist Capodraconis. Jetzt befinde ich mich hier gerade im originalen Aufenthaltsraum von Gryffindor. Das ist echt beeindruckend, was es hier alles gibt. Sieht tollen, Bobby. Sieht tollen, Bobby. Abbott und der Bundeskarte nach Lo switched an. sogenannte Regeln Musik How to go with the mind like you and put the stopper in debt. Put the stopper in debt. Die Kiste, wo der eine gefangen ist. Denken Sie, wo der eine Gefangensteilung ist. Die Strecke ist, wo er die Gefangensteilung ist. Das war's für die Gefangensteilung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt geht es in den verwunschenen Wald, da wo keiner rein darf. Untertitelung. BR 2018 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 Dicke Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er hat vier verschiedene Rollen gespielt Und hier verschiedene Leute. Willkommen Harry, zu Diagonal Alley. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind die Karte, der Snowy und Bann. In Greenwood und Zauber. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist echt beeindruckend, was es hier alles gibt. Es ist echt beeindruckend, was die ZDF, 2020 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 Es ist echt beeindruckend, was die ZDF, 2020